Kenne deine Möglichkeiten. Unser Tipp heute. Freiwilliges Internationales Jahr. F.I.J. Du möchtest gerne mal ins Ausland? Du bist dir aber unsicher und weißt nicht, welche Möglichkeiten es für junge Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung gibt? Wenn du für eine längere Zeit ins Ausland willst, ist das Freiwillige Internationale Jahr vielleicht das Richtige für dich. Bei einem Freiwilligen Internationalen Jahr unterstützt du eine gemeinnützige Organisation im Ausland. Du arbeitest mit in einer Schule oder in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, in einer Menschenrechtsorganisation oder in einem Naturschutzprojekt. Wichtig ist, dass du Interesse hast, in einem anderen Land zu leben. Du lernst eine andere Sprache und viele neue Menschen kennen. Durch die Arbeit bekommst du einen Eindruck vom Leben in einer anderen Kultur. Für einen Freiwilligendienst im Ausland musst du einen Schulabschluss haben und mindestens 18 Jahre alt sein. Die Obergrenze liegt zwischen 26 und 35 Jahren, je nach Programm. Der Freiwilligendienst dauert meist ein Jahr. Es gibt aber auch die Möglichkeit nur ein halbes Jahr oder noch kürzer ins Ausland zu gehen. Bei den Programmen, die im F.I.J. angeboten werden, handelt es sich um staatlich, geförderte Programme. Das heißt, die meisten Kosten werden übernommen. Auch Kosten, die aufgrund deiner Beeinträchtigung, Behinderung entstehen, können übernommen werden. Wenn du Fragen hast, wir von BZEF beraten dich gerne. Unser Angebot ist kostenfrei.